Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin von der Gameplay-Sarts-Hobby und wir versuchen ein nächstes Mal, das zweite Mal jetzt im September, mit einem Online-Turnier-Standard-Puppe. Ich weiß nicht, sollten wir mal jemand anderes nehmen? Keine Ahnung. Und wer ist mal mit einem süßen Yoshi? Der ist niedlich, wir nehmen mal Yoshi. Mal schauen, wie weit wir mit dem Yoshi kommen. Werden wir schon süßen Yoshi kaputt machen. Irwin mit Koopa. Okay. So, wir sehen zwei schnelle Charaktere. Ich bin seit Jahren. Ja, ja, Yoshi. Ich bin jetzt mal. Nur. falsche richtung schon wieder sein toll direkt am anfang so miese er ist auf jeden fall viel schneller als boss ja ja Ich glaube, der Yoshi ist zu schnell. Wie in den letzten Aufnahmen. Tja, manche Bank kommt man einfach nicht mehr dran, selbst mit diesen Trickkünften nicht. Da kommt schon der. Hä? Ich verstehe das nicht. Warum? Ich verstehe das nicht. Ach komm, der hätte ich ja Krieg müssen. Oh, schade. Ne, ich glaube, Yoshi ist nichts für mich. Er ist zu schnell. Schade. Yoshi ist so niedlich. Kerle, direkt in der ersten Runde. Gut, wir haben noch genügend Zeit für noch ein Teil. Nehmen wir mal Todet. Die sieht man auch selten irgendwie im Turnier. Joes Chuan. Okay. Mit Waluigi. Aber ich glaube, falls ich nochmal rausfliegen sollte, dann werde ich wieder Bowser nehmen. Ja, irgendwie bin ich mit dir am besten. Juhu. 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 Was ist das für ein Spiel, ey? Die Kleine ist auch ganz schüffelig. Ich bin irgendwie so unruhig. Was ist das für ein Spiel? Mist. Toi, jetzt war ich damit beschäftigt, hier meine Pose zu machen. Oh, toll. Bin doch hingehüpft. Also manchmal funktioniert es einfach nicht so gut. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was losgeht. Äh, was los ist. Ich gehe mal wieder. Ich gehe mal wieder. Ich gehe mal wieder weiter. Ich gehe mal wieder. Schleifte was das, wenn ich es nicht aufgeren kann. Ich gehe mal wieder. 30, 15. Ich zappel zu viel. Aber irgendwie kann ich nicht anders. Es funktioniert einfach nichts mehr gerade. Du meine Güte. Es tut mir so leid, liebe Zuschauer. Und liebe Abonnenten, es tut mir so wirklich leid. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin gerade selber etwas verwundert. Ich habe ja am Anfang gesagt gestern, dass ich immer wieder offline trainiert habe gegen Computer, gegen Champion. Und das war schon relativ schwierig. Aber da war ich wirklich echt gut drin und habe die sogar besiegt, die Computer. Und kaum bin ich jetzt wieder hier mit Aufnahme, schaffe ich es gar nicht mehr. Das ist eigenartig. Ich hoffe, das nächste Mal wird es wieder besser. Ich nehme auf jeden Fall wieder Bowser. Also die Kleinen, da bin ich einfach zu zappelig, weil die so schnell sind. Damit ich nur noch hin und her renne. Und das ist da bescheuert. Und warum auch immer ich da immer so hin und her renne. Und ja, ich werde das nächste Mal wieder Bowser nehmen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen, auch zur Unterhaltung. Das könnt ihr dann mit einem Daumen nach oben zeigen, mit einem Abo. Und dann sehen wir uns, hoffe ich, beim nächsten Teil, beim nächsten Turnier so gesehen, wieder. Okay, viel Spaß noch. Das war Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch mit von Neuer Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.